Moin, mein Name ist Julika Fassbinder. Ich studiere in Kiel Schiffbau. HDW, bekannt für Containerschiffe und Kreuzfahrtschiffe, baut seit neuestem auch Solarboote. Das will ich mir jetzt gleich mal angucken. So, jetzt bin ich ausgerüstet hier als Presse da. Jetzt sind wir in der Halle und sieht ja alles doch sehr beeindruckend aus. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Hier haben wir Wetterplanung, Klimawechsel, Städte. Cool. Super. Ist ja alles sehr spannend. Okay, hier sieht man jetzt total schön diese Spanten und die Längsträger, die das ganze Schiff halten. Da werden dann die verschiedenen Lagen drüber laminiert. Hier ist ein Blick nach innen, in den Rumpf rein, in so einen Flügel rein. Da haben sie schon die Tragflächen quasi an den Rumpf angedockt. Hier sieht man schön das Deck, was schon gebaut ist, oben mit der Kapsel, mit der Steuerkapsel. Dann machen wir hier mal einen Bogen drumherum. Hier schweißen sie ganz fleißig und machen noch Innenausbauarbeiten. Und das ist kurz bevor das Deck oben drauf kommt. Das ist ja schon ein fast fertiges Schiff. Dann schauen wir mal weiter, was es noch so gibt. So, jetzt sehen wir hier die Uhren. Das scheint einer der großen Sponsoren zu sein. Hübsch, hübsch. Oh, hier ist ein Modell, ein Modellschiff. Sehr cool. Dann Energiesysteme, ist ja sehr wichtig hier. Das scheint der Solarzellenhersteller zu sein. Das hier ist das IBA-Doc, scheint irgendwie auch ein Projekt zu sein von Imo Solar. Die ziehen scheinbar die Energie aus der Elbe und speisen dann den Strom ein und aus der Sonne. Klingt sehr kompliziert, aber scheinbar hat Imo Solar es raus, wie das Leben funktioniert. Was haben wir hier denn? Da ist Sunpower, sieht ja auch total spannend aus. Oh, cool. Solarzellen. Hier sieht man nochmal richtig schön, wie das aufgebaut ist. Von der Solarzelle über die verschiedenen Schaltdinger. Sogar hier mit Grafik, hinten der Propeller. Dann haben wir hier den Motor, der angetrieben wird durch den Strom von der Solarzelle. Mehr weiß ich nicht, weil wir das so weit, ist die Technik an der Fachhochschule noch nicht. Aber ansonsten läuft das Schiff so vorwärts. Oh, cool. Da will ich auch nicht Platinenbauer gewesen sein. Spannend, spannend. Da haben sie ein bisschen ihre Technik ausgestellt. Ist ja sehr spannend alles. Das ist ja der Enddreck. Ladies and gentlemen, dear partners, dear friends, it's a great pleasure to have you here in Kiel for the presentation of Planète Solar. The first solar boat able to cross all the oceans and to go around the world just with solar energy. This project could have been not possible without the support of our sponsors and partners. Everything starts almost six years ago. What was only a dream today become a reality. And this extraordinary boat just behind me will not exist without the support of an extraordinary man. Please welcome the person who decided and made possible the construction of Planète Solar, Mr. Imou Stroyer. Hello, schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren. Ich stehe hier und kann eigentlich nur sagen, dass ich sehr, sehr glücklich bin. Wirklich, weil hier hinter mir das Boot, was wir uns erträumt haben, Wirklichkeit geworden ist. Glücklich auch, weil ich so viele Menschen gefunden habe, die diesen Weg mit uns zusammen gegangen sind, die uns geholfen haben, die daran gearbeitet haben und letzten Endes das möglich machen. Wirklichkeit. Denen allen möchte ich ganz, ganz herzlich danken an dieser Stelle. Wir haben hier ein gewaltiges Fahrzeug geschaffen. Gewaltig im Rahmen dessen, was man bisher mit erneuerbaren Energien, also mit Solarenergien im Wesentlichen, als Antrieb gemacht hat und machen konnte. Wir haben hier eine ganze Reihe Technologien zum Einsatz gebracht, modernste Technik, die wirklich die Avantgarde der Wissenschaft darstellt und hoffen, dass wir damit etwas erreichen können für die Zukunft, für eine bessere Zukunft für uns alle. In diesem Sinne, nochmals herzlich willkommen und ich freue mich auf ein schönes Zusammensein. Danke. Vielen Dank, Herr Stroyer. Vielen Dank, Herr Raffaell. Vielen Dank, Herr Raffaell. Vielen Dank, Herr Raffaell. und er fragte mich, ob ich ihn unterstütze, in seinem Projekt zu gehen, um die Welt mit einem Solarboot zu unterstützen. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen vorsichtig war, nicht zu sagen, zu sagen, zu sagen. Also, weil ich oft diese Art von Unterstützung habe, habe ich ihn zu sprechen und zu sprechen, um zu erklären, mehr über dieses Projekt zu erklären. Und nach einer halben Stunde habe ich ihn gesagt, hast du jemanden mit dir, um die Navigation zu beschäftigen? Und er sagte, nicht noch. Also, ich sagte, wenn ich ein Auto empfehle, um die Auto zu starten zu helfen, ich möchte, dass ich ein Auto zu kommen. Und er sagte, warum nicht? Und seitdem wir zusammen sind, wir zusammenarbeiten, auf dieses fantastische Projekt. Um mit einem Solarboot zu fahren, ist eine neue Adventsche für mich. Und es ist viel mehr schwierig, als man könnte denken. In fact, es ist wirklich eine Art, eine Art von Energie management. Wir wissen, was wir haben, in unseren Batterien. Wir wissen nicht, was wir bekommen, aber wir können das, für die nächsten Tage. Und wir können unsere Speed, und wir können unsere Route adjustieren. Und das müssen wir sehr vorsichtig machen. Wenn es ein paar Clouds gibt, in front of uns, sind wir schnell zu crossen, damit wir den Sonnen wieder finden. Sind wir nach dem Süden oder Norden, um diese Cloud passen? Oder sind wir ein paar Tage bevorzugen, damit wir diese Clouds passen, wenn es keine Energie kostet. So, das wird all die Herausforderungen sein. Und wir werden uns helfen, ein partner, ein französer Partner, called Meteo France, der uns wird die Informationen geben.